Marc Bretenthaler aus Graz. Linkaußenverteidiger. Weil sich Wiener Neustadt sehr, sehr benötigt hat um mich und weil er mir die Plattform bietet, noch einmal in die Bundesliga zu spielen. Familiär. Golf, Skifahren, Reisen. Eigentlich nicht in der Jugend, aber mein Lieblingsfilm Cliffhanger. Eigentlich Asien, alles in Asien. Ich kann verkehrt lesen. Mit Sicherheit letztes Jahr der Cupsieg mit dem FC Pasching. Wie gesagt, noch einmal Fuß fassen in der Bundesliga und mit dem SC den Klassenerhalt zu schaffen. Die Musik ist in der Zwischenbrüche. Die Musik ist in der Zwischenbrüche. Vielen Dank.